Jetzt würde ich gerne mit euch schauen, ganz gespannt, eine kleine Doku, Frag einen Drogenschmuggler. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich bin mal gespannt, wie es ist, Drogenschmuggler zu sein. Ich habe da auch eine ganz lustige Geschichte. Ich habe letztens aus Versehen 50 Gramm Kokain gekauft. Das war ein Witz. Bitte verfolgt mich nicht, liebe Staatsbehörden. Ich nehme sowas nicht. Ich habe einen Witz gemacht. Jedenfalls würde ich sagen, schauen wir hier mal ganz kurz rein. Weder Geld, noch ein Auto, noch ein Führerschein. Also die ganze Sache hing dann letztlich schon an mir. Dann sind wir von München. Bro, das ist der älteste Drogenschmuggler der Welt, ich schwöre. Aber gut, der wird ja auch mal jung gewesen sein wahrscheinlich, oder? Nach ein paar Tagen losgefahren mit einem geliehenen Auto und sind durch Frankreich und Spanien. Dann über Gibraltar, Algeciras nach Tanga und Afrika. Ersten Kamele da unten gesehen. Plötzlich kam ich mir vor wie ein Weltreisender. 16 Kilo haben wir eingeladen. Ja, 16 Kilo, das ist, ich glaube, das ist eine Menge. Das geht, glaube ich, ganz knapp. Also ich glaube, Eigenkonsum in Deutschland sind 15,7 Kilogramm Kokain. Darf man mit sich führen, das ist noch Eigenkonsum. Ich glaube, bei 16 Kilo, da ist man wahrscheinlich schon Schmuggler und Dealer, oder? Und mit denen kamen wir dann auch wohlbehalten. Also, was ist 16 Kilogramm Kokain? Wie viel ist das? Wie viel ist das in Euro? Was kostet ein Kilo Koks? Keine Ahnung, Alter. Da muss man in den Chat mir sagen, ihr nehmt alle Drogen, sonst würde ich die Scheiße nicht reinziehen. Zwei Wochen in München an. Das wurde verkauft. Und ich kriegte die versprochenen 10.000 Mark. Da war ich 22 Jahre alt. Das war im Jahr 1973. Da, Digga, okay. Weil das erst mal ja so gut geklappt hatte, ohne Probleme, habe ich gesagt, okay, da mache ich nochmal mit. Und so kam es, dass wir das dann insgesamt im Laufe der nächsten drei Jahre mehr als 20 Mal gemacht haben. Läuft bei dir, Bro. Ich wurde nie erwischt und habe dann eine Menge Geld verdient, vergleichsweise. Nein, 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 es müssen mehr als 20.000 Euro sein. Ein Gramm sind 80 Euro oder 70 Euro oder sowas, lese ich hier im Chat. Ein Kilo sind 80.000, ja, wollte ich gerade sagen. Also das kommt schon hin, ne. Ein Kilo wahrscheinlich Einkaufswert, sagen wir 50.000. Rechnen wir ganz kurz, Leute. Achtung, jetzt wird es interessant. Das könnte ich natürlich auch im Kopf rechnen, aber 50.000. Scheiße, das habe ich natürlich wieder komplett verkackt hier an der Stelle. 50.000 mal 16. Das sind entspannte, knappe Millionen gewesen, ne, an der Stelle. Nice. So bin ich in diese ganze Szene reingekommen. Und irgendwann, wenn du laufend Geld in der Tasche hast, dann bist du verloren für eine bürgerliche Karriere, für das Studium oder was ich jetzt machen soll. Von wem habt ihr das Haschisch geholt? Ina, Valeri. Ach, das war Haschisch, Digga. Ich dachte, kein Koks. Ja gut, dann ist es, glaube ich, was anderes, ne? Bauern im Riffgebirge in Marokko gekauft. Das war deren Hauptanbaufrucht, der Hanf. Und davon lebten die. Das war dort keine moralische Frage, dass man jetzt gegebenenfalls mit einer Droge Geschäfte macht. Das war für die das landwirtschaftliche Produkt, wovon sie ihre Kinder ernährt haben. Ja, gibt es ja bei uns im Rheinland auch ganz viele Bauern, die anstatt Zuckerrüben mittlerweile einfach einen Mohn für Heroin anbauen und direkt den Ebertplatz in Köln versorgen. Finde ich mega entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ein gutes Alternativprodukt. Und diese Haltung haben wir übernommen. Alexius möchte von dir wissen, warum bist du kriminell geworden? Geld. Geld? Wahrscheinlich Geld, oder? Sagt er jetzt Geld? Da spielen mehrere Faktoren mit. Zunächst einmal eine Art... Schreibt dir mal in den Chat, ein Gramm Gras, ca. 60 Euro. Gut, wenn nicht, dann erzähl mir mal bitte, wo du das kaufst. Das Risiko gehen, ich habe also kein Problem, Risiken einzugehen. Dann kommt hinzu die gute Gelegenheit. Wenn mich die Leute da nicht angesprochen hätten, dann wäre ich eine Woche später in Stuttgart beim Studium gewesen. Und drittens, dass ich wegen den Dingen, an denen ich beteiligt war, die ich getan habe, die gegen das Gesetz verstießen, da hatte ich wenig Bedenken, keine moralischen, keine Gewissensbisse. Und da ist es mir leicht gefallen, da in diese Szene reinzurutschen. Und wenn man mal drin ist, dann merkt man, das sind alles Menschen, da geht es ganz normal zu. Und ich hatte da keine Probleme, mich da einzufügen. Entspannt. Brained Basics fragt sich, welche Drogen... Ah, jetzt hat jemand endlich mal den Wechselkurs in den Chat geschrieben. 1000 Vibaks und 10 Euro, danke schön. Das ist sehr wichtig, danke schön. Hast du geschmuggelt? Wir haben angefangen mit Haschisch. Das ging auch so eine ganze Weile. Geht direkt wahrscheinlich Koks jetzt. Irgendwann haben die Spanier die Grenzen da unten dicht gemacht. Da wurde da sehr viel kontrolliert. Und wir verloren ein paar Leute. Die wurden geschnappt da unten und kamen ins Gefängnis. Irgendwann kamen Leute aus Thailand und brachten Heroin mit nach Deutschland. Und kamen zu mir und haben mich gefragt, ob ich das verkaufen könne. Da war natürlich dann jetzt erstmal ein Moment, wo ich innehielt, wo ich gesagt habe, na Heroin, also das ist jetzt nicht unbedingt das Zeug, was ich unbedingt verkaufen möchte. Ey, das denkt man gar nicht von diesem Mann. Der sieht so lieb aus, Alter. Der sieht so lieb aus, Digga. Und früher hat der einfach mehr Heroin geschoben als, ich habe keine Referenz, wer schiebt viel Heroin, ich kann es euch nicht sagen. Aber die haben echt gedrängt. Die haben gesagt, Mensch, jetzt haben wir das Zeug hier, das waren 120 Gramm. Und dann habe ich das vermittelt an einen Bekannten, von dem ich wusste, dass er an die amerikanischen Soldaten in München auch schon mal Heroin verkauft hat. Der kam, hat es getestet und hat es dann den Spaniern abgekauft. Auch ganz entspannt, einfach mal Heroin testen. Warum auch nicht? Hey, was macht dein Vater beruflich? Du, der ist Heroin-Tester. Perfekt. Und so kam ich zum ersten Mal damit in Berührung. Später, zufälligerweise, ich lebte damals auf Ibiza, kam eine Amerikanerin auf mich zu und bot mir an, mir zwei Kilo Kokain auf Kommission zu übergeben. Und da wird es, glaube ich, gefährlich, Alter. Und ich soll doch mal schauen, ob ich die nicht verkaufen könne. Das habe ich auch gemacht und habe dann allerdings festgestellt, dass ich gar nicht dazu in der Lage war, das zu verkaufen. Weil es gab da in Deutschland noch keine Szene. Es gab noch kaum Kunden. Und jetzt gebe ich ihm einen Zehner, wenn er sagt, also habe ich die zwei Kilo Kokain an einem Wochenende selbst vernichtet und hatte eine extrem gute Zeit. Und habe an einem Wochenende mit 644 Frauen geschlafen. Das war mein Rekord. Und dann habe ich das Kokain durch eine Freundin nach New York bringen lassen. Boah, krass, Digga. Holy Shit, Digga. Und die hat es dann dort im Blog verkauft. Und dann war ich aus der Nummer auch erstmal raus. Alter, was dir da die Muffe gehen muss, wenn du zwei fucking Kilo Heroin oder Kokain, was auch immer für eine Droge, Alter. Der Junge, 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 Digga. Dieser Kopffick wäre mir so zu viel als Drogendealer, Alter. Der sieht aus wie mein alter Lehrer. Das ist dein alter Lehrer. Tun hatte ich natürlich auch mit LSD. Da kam mal jemand und drückte dir einen Beutel mit Resten von LSD. Da waren vielleicht mal 10.000 Trips in den Beuteln und jetzt lagen da vielleicht noch 400. Und sagte er, nimmst du LSD? Sag ich, ja, zuweilen schon. Sag ich, hier, schenke ich dir. Und das haben wir dann nach Bali geschmuggelt und haben dann den ganzen Strand auf Trip gebracht da unten. Und das war eine schöne Fede und ein tolles Erlebnis. Aber da habe ich nichts mit verdient. Das war jetzt eigentlich kein Geschäft oder so. Da einfach mal kurz ein Rave gestartet. Warum nicht, Bro? Sogaria fragt sich, wie transportiert man tonnenweise Drogen? In einem Enddarm, in Arschlöchern, oder? Mit einem Schiff, mit großen Lastwägen oder mit Flugzeugen. Im Jahr 1977 kam es zu einem größeren Haschischschmuggel. Der ist mit einem Schiff durchgeführt worden, mit einem Segelschiff. Und die Ware wurde im Libanon übernommen und nach Südfrankreich gebracht. Ey, auch sich dann die ganze Zeit in so gefährliche Gebiete zu begeben. Ich meine, der Libanon ist heute noch nicht stable so. Wir sprechen gerade auch von Podesten in Beirut und sowas. Aber damals, Alter, war das ja nochmal eine ganz, ganz andere Zeit. Also auch so ganz gefährliche Leute dann international getroffen. Boah, Digga, da musst du wirklich jeden Tag Angst haben, dass du irgendwie auf die Füße trittst, irgendeinem Psycho, der dir entgegenkommt. Du stirbst einfach, oder? Also, Digga, das ist... ...und dann dort angelandet und im Hinterland versteckt. Leider haben die Leute, die damit betraut waren, da unvorsichtig gearbeitet, sodass nach relativ kurzer Zeit, nach ein paar Wochen, die Polizei Wind bekommen hat von der Sache und das Zeug dann beschlagnahmt hat. Und wie viel Haschisch ging es da? Da ging es, glaube ich, um zweieinhalb Tonnen. Fucking zweieinhalb Tonnen Haschisch, ja, moin, Digga. Fragt sich, wie habt ihr die Drogen verpackt, damit sie nicht vom Zeug gefunden werden? Das haben wir zunächst einmal so in Tüten verpackt, dass es also jetzt nicht Menschen aufgefallen ist. Ein Hund hätte es natürlich riechen können und haben das dann in den Autos, in bestimmte Verstecke. Da gab es verschiedene Modelle von Fahrzeugen, die... Das muss man ja übertrieben riechen. Dieses ganze Auto stinkt doch ganz wie Amstatt am Innenstadt, Digga. Die eigneten sich besonders gut zum Schmuggel. Die hatten einen Rahmen, die waren hohl und da passten, ich erinnere mich, so knapp 50 Kilo rein in so einen Wagen. Man konnte in den Tanks der Autos schmuggeln. Je größer der Tank von dem Auto, umso mehr konnte man reinpacken. Wenn es sich um Schmuggeln mit Flugzeugen handelt, wie zum Beispiel seinerzeit in der Karibik, sagen wir mal, ein gängiges Schmuggelgut, Marihuana, von Kolumbien oder Jamaika nach Florida oder Texas, dann war das alles minutiös geplant. Und da brauchte man jetzt nicht mit Zöllnern zu rechnen, die sich das angeschaut haben. Und da konnten die die Ballen, 20 Kilo Marihuana-Ballen, die konnten die da einladen. Und das ging alles immer recht schnell. Dann wurde in einer Viertelstunde das Flugzeug beladen mit vielleicht 10 Tonnen, 15 Tonnen und startete. Beim Ausladen war es dasselbe. Das ging alles geheim vor sich. Das war alles bestochen und organisiert. Da brauchte man jetzt nicht groß verpacken oder so. NOV fragt sich, woher hast du die Drogen bezogen? Die Drogen habe ich in der Regel von den Zellern bezogen. Ich meine jetzt, wenn es um Kokain und Heroin geht, da geht man natürlich nicht zu den Mohnbauern ins Goldene Dreieck oder nach Afghanistan. Oder bei Kokain nicht zu den Indios nach Peru oder Bolivien. Sondern da gibt es dann schon Zwischenhändler, die dann auch das raffiniert haben, die das schon prozessiert haben. Die also aus den Blättern oder aus der Mohnkapsel, aus dem Opium schon Heroin produziert hatten. Also aber auf jeden Fall so dicht an der Quelle, wie es ging. Da war das vom Preis her auch interessanter. Gregor Litt fragt sich, warst du mal in einem Drogenlabor? In einem Drogenlabor, einem professionellen Drogenlabor war ich nie. Was ich mal gesehen habe, war in Florida eine Crack-Küche, wo man aus Kokain Crack hergestellt hat. Das habe ich mal beobachtet, das habe ich dann auch selber gelernt, wie das zu machen ist und habe das dann auch selbst später mal synthetisiert. Kokain-Labore, die waren ja tief im Dschungel irgendwo versteckt und das wäre ja auch für uns, war das ja jetzt nicht weiter interessant. Da würde ich ja auch safe nicht hingehen, Alter. Da würde ich ja niemals hingehen, Digga. Das ist also... Jan Zakharaya fragt sich, warst du Teil eines Clans oder in einer Gang? Ich war, sagen wir mal, Teil einer Gang, aber auch nur eine gewisse Zeit, bis ich gemerkt habe, dass ich die Dinge selber am besten kontrolliere. Und dann hatte ich sozusagen meine eigene kleine Organisation. Da waren immer so ein Dutzend Leute, die dann wahlweise mal da mitgemacht haben und wahlweise mal zugeguckt haben. Wenn überhaupt, dann hatten wir eine Bande von vielleicht ein Dutzend Leuten, Spanier, Italiener, Franzosen, Amerikaner, Chinesen, also international. Merle fragt sich, waren deine Geschäftspartner gefährlich? Also der ganze Rausch... Nein, 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 nein. Also Drogenleute, also Menschen, die Drogen im Bruststil verkaufen, sind meistens sieggefährlich. Das Drogenbusiness ist relativ, glaube ich, ziemlich entspannt und da gönnt jeder jedem, oder? Das Handel ist gefährlich und jeder potenzielle Geschäftspartner ist insofern gefährlich, wenn du falsch spielst, dann hast du ein Problem. Ich habe schon durchaus mitbekommen, dass Leute umgebracht wurden, dass Leute plötzlich verschwunden waren. Auf mich wurde einmal geschossen in Florida und ich habe mehrmals in die Waffe reingeschaut. Das ist alles passiert, aber ich konnte das dann immer irgendwie klären. Wenn man in Amerika mit Dealerbanden arbeitet, zum Beispiel die Young Boys Incorporated in Detroit, denen ich in den Jahren 80, 81 relativ viel Heroin verkauft habe, das sind also Leute, die jeden Tag umgelegt wurden. Und ich habe mich im Nachhinein gefragt, wie hast du das eigentlich hingekriegt, dass du da nicht umgelegt worden bist? Ich bin damit... Vor allem auch so der Überallmann, Digga, der das einfach überlebt hat, krass. Riesigen Mengen von Bargeld durch die Straßen und nie hat mich jemand irgendwo abgepasst oder mir eventuell eine Kugel gegeben und mich beraubt. Viele Jahre später habe ich einen alten Komplizen, einen Kunden von mir, einen schwarzen Amerikaner, und dann habe ich mal gefragt, sag ich, wie hast du das denn damals gemacht? Das war ja die Zeit, wo der in Detroit Young Boys Incorporated da dran waren. Das waren wirklich wilde Jungs. Und dann sagt er, ja, because I was one of them. Und deshalb ist dir nichts passiert. Und das habe ich aber damals nicht gewusst, aber jetzt im Nachhinein weiß ich das. Krass. Claudius Ehrenberg fragt sich, wie habt ihr den Stoff im Zielland verteilt? Der wurde bei uns abgeholt. Wir haben einfach nur... Der ist ja nicht der Ticker gewesen, der war ja nur Schmuggler, ne? Ein paar Leute in Detroit gedreht und... Was kostet ein Kilo Koks? Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kriegen wir die Antwort, Leute. Ich bin da nicht mehr auf dem Laufenden, was es heute kostet. Ja, 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 ja. Das würde ich jetzt auch sagen, Kollege. Aber ich würde vermuten, wenn ich im Großhandel ein Kilo Koks kaufe, müsste ich 30.000 Euro hinlegen. Boah, ich hätte gesagt mehr wahrscheinlich, oder? Seinerzeit kostete das in Florida, also wir reden jetzt Anfang der 80er Jahre, kostete ein Kilo Koks in Florida, frisch importiert aus Südamerika, ungefähr 18.000 bis 22.000 Dollar. Fairlu möchte von dir wissen... Krass. Was war dein größter Punkt? Ein Transport von 12 Kilo Heroin aus China. Die wurden mir von den Chinesen gebracht. Und dann haben die also chinesische Touristen mit jeweils einem Koffer mit 2 Kilo Heroin losgeschickt. Und die sind dann mit so einer großen Touristenorganisation, sind die auf 2 Wochen USA-Tour gegangen. Krass. Und wenn die dann in Los Angeles oder San Francisco ankamen aus Hongkong, dann haben die dort jemanden Begleiter mitgeschickt. Der ging dann von Zimmer zu Zimmer und hat die Samsonites eingesammelt, wo das Heroin drin war und hat den Leuten leere Samsonites dafür gegeben. Das waren meistens alte Leute, die beim Zoll jetzt nicht so unbedingt im Profil... Alter Junge, wie krass. Viel drin waren, dass man die unbedingt durchsuchen musste und das hat auch immer gut geklappt. Für diese 12 Kilo bekam ich für das Kilo 160.000 US-Dollar. Also 12 mal 160.000 US-Dollar. Das war schon ziemlich viel. Ist richtig, das ist extrem viel, ja. Mohammed fragt sich, hattest du kein schlechtes Gewissen? Wir waren der Meinung, wenn der Staat Alkohol und Tabak und Zucker besteuert und verkauft und andererseits eine harmlose Droge wie Marihuana... Oder halt Heroin. ...wom bis heute noch keiner dran gestorben ist, verteufelt und Leute ins Gefängnis sperrt. So haben wir dann irgendwann gesagt, jeder Mensch hat das Recht auf Rausch und er kann sich mit den Drogen berauschen, die ihm persönlich zusagen, behagen. Und das war dann irgendwann Konsens bei uns und da war also kein Platz mehr für schlechtes Gewissen. Krass, so kann man jetzt natürlich auch schön reden. Das war für uns relativ bald kein Thema mehr. Siehst du das heute auch noch so? Ja, das sehe ich heute genauso, ja. Ah ja. Goliath Ginster fragt sich, hattest du damals einen Nickname? In der... Der German. Unterwelt, hauptsächlich in den USA und im Fernen Osten, da habe ich mich Mike genannt. Sisu möchte von dir wissen, wurdest du mal von deinen Partnern... Ja, safe, oder? Das ist vorgekommen, ja. Und da habe ich mich auch immer ziemlich drüber geärgert. Wenn man jemandem vertraut und wird dann von diesen Menschen, die man vertraut hat, betrogen, das geht dann, das sticht tief in den Bauch rein. Also wurde wirklich hier, wurde in den Bauch gestochen? Und das ist also nicht so einfach, über sowas hinweg zu gehen. Boah, Digga. Aber ich habe das dann doch immer wieder geschafft, ohne Rache zu üben. Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich einen Verlust hatte, dann ist es besser, ich gucke nach vorne und investiere meine Energie ins kommende Geschäft, als dass ich mich umdrehe, zurückschaue und dann irgendeine Racheaktion, Geld investiere und möglicherweise passieren Dinge, die man nachher bereut. Boah, das ist clever, das ist sauklever. Wild Aqua fragt sich, hattest du eine Waffe? Ja, ich hatte eine Waffe. Ganz unauffällig, jetzt sind wir mit dem Raketenwerfer herumgelaufen. Legale Waffe, aber ich habe sie nie benutzt, ich habe keinen Schuss auf jemanden abgegeben und von daher habe ich die Waffe auch relativ schnell zu Hause gelassen und die spielte also bei meinen kriminellen Sachen keine Rolle. Im Privaten, da ist es halt was anderes gewesen. Jorgos Souvlaki. War der mal im Knast, ist der mal gefasst worden? Hat es dir Spaß gemacht? Ja, safe. Das hat mir viel Spaß gemacht, ja, das muss ich sagen. Also das Abenteuer, der Abenteueraspekt. Ich meine, Ende 1974 hatte ich die ersten 100.000 Mark in der Tasche. Läuft bei dir. Ende 1978 die erste Million. Boah, krass. Und die Zwischenzeit immer Spielgeld von 50, 100, 200.000 Dollar in der Tasche gehabt. Du kannst zum Flughafen gehen, du kannst überall hinfliegen, wo du willst auf der Welt, ohne vorher zu buchen. Und das ist eine gewisse Freiheit, die dir das gibt. Krass, krass, krass. Und irgendwie auch macht. Man fühlt plötzlich, dass man an der Eroberung der Welt ein bisschen teilnimmt, dass man Kontinente und andere Menschen und Kulturen kennenlernt. Von daher muss ich sagen, also ich habe das genossen, ja. Ich lebte von 1975 bis 1975. Aber ist der mal Hobbs genommen worden? Hatte dann Haus. Schönste Erinnerung an die Zeit. Na komm, wir gucken mal was hin. Meine schönste Erinnerung an die Zeit waren die Besuche in Bombay in der Opiumwelt. Ich habe mein Leben gern oben gebraucht. Ah, hier, wie bist du aufgeflogen? Das mir einen unglaublichen inneren Frieden bescherte. So, das interessiert, wie wäscht man Geld? Am einfachsten wäscht man Geld, indem man zu einer Bank hingeht. Und die Bank informiert, es handelt sich hier um Schwarzgeld oder um erpresstes Geld oder um illegal verdientes Geld. Und ich möchte das in den legalen Kreislauf. Was können Sie mir vorschlagen? Wenn du bei der richtigen Bank bist, da hast du natürlich auch Adressen, dann sagt der, kommen Sie mal hinten rum. Dann zahlst du es da ein und hast dann einen Verlust von vielleicht 10, 12 Prozent. Und dann irgendwo anders auf der Welt taucht plötzlich das Geld wieder als sauberes Geld auf. Krass. Du kannst es dann, kannst drüber verfügen. Krass. Ich habe eigentlich damit keine Probleme gehabt. Aber wenn man weiß, wie es geht, dann die richtigen Partner hat. Ey, was für ein G. Was für ein G. Was für ein Gangster, Digga. Holy shit. Tarek 09 möchte von dir wissen, was hast du von dem Geld gekauft? Ich habe hauptsächlich das Geld in Reisen investiert. Macht Sinn. Und natürlich auch dann in Drogen wiederum, die ich jetzt nicht gerade verkauft habe, die ich allerdings haben wollte. Und da habe ich im Laufe der Jahre relativ viel für ausgegeben. Drogen, die er einfach mal haben wollte. Und dann habe ich auch relativ viele Leute mitkommen lassen. Also ich war ja irgendwie umgeben von Leuten, die mir auch mal einen Gefallen getan haben. Dann habe ich mal gesagt, kannst du den Koffer hier mal 14 Tage bei dir hinstellen? Und das habe ich denen dann immer gut bezahlt. Einmal kam ich auf die Idee, ich fliege jetzt mal mit der Concorde nach Amerika. Und das war natürlich auch ein Wahnsinnsfeeling. Du warst da in einer exklusiven Reisegesellschaft unterwegs, in dreieinhalb Stunden in New York. Und das habe ich natürlich auch genossen. Crazy. TJ fragt sich, ist noch etwas von dem Geld übrig? Also alles, was ich aus diesen Jahren behalten habe, das steckt hier in meinem Herzen drin. Zum Glück habe ich ein relativ gutes Erinnerungsvermögen. Und ich habe auch in der Zeit damals Tagebücher geführt. Ah, nice. Achso, Anhaltspunkt. Bro, schreib ein Buch, werde wieder Millionär. Let's go. Und konnte das alles rekonstruieren. Das Geld, bei meiner ersten Haft hatte ich noch 200.000 Dollar. Und als ich dann nach zehn Jahren entlassen wurde, da hatte ich noch, weiß ich nicht, 150.000. Das ist dann im Laufe der Jahre langsam weniger geworden, weil ich dann auch nichts mehr verdient habe. Bin aus dem Drogenhandel ausgestiegen, habe damit kein Geld mehr verdient. Habe dann mich später nochmal ein Jahr oder anderthalb mit Hehlerei über Wasser gehalten. Aber anknüpfen an die alten Zeiten konnte ich nicht. Und irgendwann im Laufe der 90er Jahre ist das Geld dann versandet. Luisa fragt sich, wie bist du aufgeflogen? Oh, jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant. In Deutschland von jemandem verraten worden. Na, eine Ratte natürlich. Er hat gesagt, dass er mir vor fünf Jahren in St. Tropez 80 Kilo Haschig in die Hand gedrückt hätte. Und das war noch nicht verjährt. Und daraufhin wurde ich verhaftet. Krass. Und während ich auf den Prozess wartete, kamen dann aus den USA noch drei Aussagen von Leuten, die wurden dann mit einer geringen Menge Heroin geschnappt. Und die haben dann ausgesagt, dass sie das von mir hatten. Und das hat dann dazu geführt, dass eine Zeugin, die ist dann aus New York nach München zum Prozess gekommen, die hat mich belastet mit acht Kilo Heroin oder 18 Kilo Heroin, glaube ich, inzwischen. Und das machte dann Höchststrafe für mich. Macht Sinn. Weil ich auf der anderen Seite auch mich geweigert habe, über meine Komplizen zu sprechen. Okay, wie und wo wurde es festgenommen? 15. 15 Jahre, Alter. Okay, das ist jetzt hier nicht so. Wie und wo wurde es festgenommen? Ich lebte auf Bali. Ah ja, entspannt. Ich habe beim Telefonat mit meinem Bruder erfahren, dass irgendjemand wegen mir richterlich vernommen worden sei. Da sagte ich, ja gut, da kümmere ich mich drum. Ich komme in zwei Wochen nach Deutschland und dann werde ich der Sache nachgehen. Und wie ich dann in München war, habe ich das Telefon genommen, habe beim Landeskriminalamt angerufen und habe gesagt, was schnüffelt ihr hinter mir her, was gibt es, was habt ihr für Probleme? Und man muss dazu sagen, ich war damals heroinabhängig und habe mich selbst überschätzt. Ich habe gemeint, ich bin der Größte. Was wollen die denn überhaupt? Ich habe einen Haufen Kohle. Und dann sagte der Polizist, ja, jetzt machen Sie mal halb lang. Wir wollen dieses Ding vom Tisch haben. Wir wollen das einfach zu den Akten legen. Das ist ja jetzt ohnehin demnächst verjährt. Und wir brauchen dann nur noch eine abschließende Erklärung von Ihnen. Ah, gefickt. Wenn Sie hierher kommen und unterschreiben, ja, ein Papier, wo draufsteht, dass Sie mit der Sache nichts zu tun hatten damals, dann ist das erledigt. Boah, ist das eklig. Der Mann hatte ein Haftbefehl in der Schublade liegen. Ah, nein. Der hat mir aber jetzt nicht getraut. Der hat mir schon zugetraut, dass wenn er mir einen leichten Anhaltspunkt gibt, dass ich eventuell was rieche, dass da was faul ist, dass ich mich dann absetze und irgendwo in Indonesien verschwunden bin und da hätten es sich schwer getan, mich da zu finden. Hätte ich auch gemacht an der Stelle. Oder auszuliefern. Dann habe ich einen Anwalt eingeschaltet und hat der Erkundigungen eingeholt und dann sagt er zu mir, das stinkt das Ganze, das ist ja Menschenskindernähe, hauen Sie ab. Ich habe da ein ganz ungutes Gefühl. Ah, okay. Und dann habe ich nicht ernst genommen und habe gesagt, hören Sie mal zu, ich habe hier einen Rechtsanwalt engagiert und keine Hosenscheißer, jetzt machen Sie mal nicht in die Hose. Jedenfalls ist der Mann mit Bauchkrimmen und Zähneknirschen und einem unguten Gefühl mit mir am Donnerstag da ins Landeskriminalamt gefahren und wie wir dann da reinkommen ins Büro von diesem Kriminalhauptkommissar, da sagte er, endlich werde ich Sie mal kennen. So lange bin ich jetzt hinter Ihnen her und hier lesen Sie mal und das gibt er mit den Haftbefehl. Dann sage ich, was ist das denn? Dann sagte er, Sie können doch lesen, oder? Und dann hat er auch schon Handschellen und dann war ich verhaftet. Ah, Digga. Im Landeskriminalamt hat man mich verhaftet. Krass eklig. Okay, wenn ihr Bock auf den Rest, zieht euch das gerne mal rein. Sehr interessant auf jeden Fall. Absoluter Ehrenbruder, Hubertus Becker, Digga. Nicht schlecht, Alter. Der hat das erlebt, von dem Mero die ganze Zeit lebt. Entschuldigung.